Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und du findest hier alles rund um das Thema Energiearbeit. Und es gibt wöchentlich auch meine Wochenbotschaft der Engel, wo wir immer in die kommende Woche gucken, wo ich auch energetisch arbeite. Und es gibt den Bereich auch Energiearbeit, wo du die Energiearbeit dir in der Praxis anschauen kannst. Es gibt Meditation. Schau dich gerne in Ruhe um. Und seit neuestem gibt es auch die Funktion der Kanalmitgliedschaft. Und da ist wirklich auch in Planung, dass ich live gehe für euch und eure Fragen beantworte, mit Karten arbeite, mit meinen Karten arbeite, mit Energiearbeit arbeite. Und es wird auch Live-Meditationen geben, Live-Energiearbeit geben. Und ich freue mich schon mega darauf, diese Community auch hier aufzubauen. Bei Facebook gibt es es ja auch schon über meine Facebook-Gruppe Lasse Dein Licht Strahlen. Und ich möchte das gerne auch hier bei YouTube für euch ausbauen. Und freue mich schon mega auf diese Zeit. Und ja, freue mich, wenn du dich umschaust. Und freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du natürlich auch den Kanal abonnierst. Und ja, schau dich gerne, wie gesagt, in Ruhe um. Und bis ganz bald. Alles Liebe für dich. Tschüss.